Moin Moin und herzlich willkommen bei meinem Fußballtraining mit euren Trainer aus Leidenschaft Mike Stolzenberger. Ja, ich habe heute eine schöne Spielform für euch auf Ballbesitz. Es gibt drei Mannschaften, fünf Spieler, wie ihr es hier seht. Und ja, ihr müsst auf Ballhalten spielen. Wir haben im Zentrum eine schöne Tabuzone. Das beengt die Spieler ein bisschen und müssen ein bisschen überaus.